Hallo, mein Name ist Timo Schulz, ich bin von CWD Deutschland und heute präsentieren wir euch einfach mal ein unserer Topmodelle für den Amateursport, aber auch für den Hochleistungssport. Wir haben jetzt hier zum einen unseren 2GS Sattel. Wir haben einen besseren Kontakt, wir haben eine höhere Qualität des Leders, der Grip, die Farbaufnahme, auch die längerfristige Farbhaltung ist einfach hier höher gewährleistet und gegeben. Was ist heute im Reitsport gefordert? Dass wir einfach so nah wie möglich am Pferd sein wollen, dass wir konstant den Kontakt haben an das Pferd heran, ohne wirklich viel Kraft aufwenden zu müssen. Wenn wir uns den Sattel von unten einfach anschauen, haben wir integrierte Kissen. Das heißt, wir haben hier unsere Kissen, die die Pferdeauflage auf dem Rücken bilden, integriert mit den unteren Schweißblättern. Logisch ist, je großflächiger die Fläche, umso mehr Druckverteilung bringe ich über den Pferderücken, wird mit der Muskulatur weg transportiert. Was ihr auch schon gleichzeitig seht, ist, wenn wir uns den Sattel so anschauen, dass wir einen sehr großen offenen Kanal haben. Das heißt, wir arbeiten immer weg von den Dornfortsätzen, vom Rückenband hinweg. Wir haben hier einen 2GS Sattel, das ist die zweite Generation eines Carbon Kevlar Fieberglasbaums. Hat den großen Vorteil, wir sind dicht am Pferd. Entscheidend dabei ist auch noch, dass durch den Memo-Schaum, den wir verwenden, wir kein Kopfeisen benötigen. Das heißt, wir haben hier vorne eine sehr große Flexibilität drin. Hat den großen Vorteil, dass wir wirklich in jeder Phase des Sprungs im Parcours wirklich dicht am Pferd dran sind. Was ihr hier bei dem Sattel so besonders seht, ist noch, dass wir hinten die Carbon Platte ins Sattelblatt eingebaut haben, diese leichte Versteifung hier. Das Hauptmerkmal ist eigentlich hier drin viel mehr gegeben, dass wir dem Reiter schon eine Sitzpositionierung und eine Beinvorlage geben. Wir haben hier, wie gesagt, diesen Kompositbaum drin. Dann haben wir darunter einen Plastersort. Das ist ein keilförmiger Vlies, der den ersten Druck des Reiters verteilt. Und dann kommt der Memo-Schaum mit konkav geformten Kissen. Das bedeutet einfach eine runde Auflagefläche, dass wir wirklich klar immer auf dem Pferd aufliegen. Man sagt ja immer, beim Reiten kommt es sehr viel aufs Gefühl an. Die Regeln sind die eine Sache, wie man sitzen soll, wie man sich über dem Sprung verhalten soll oder nach dem Sprung. Aber wenn man wirklich das Pferd fühlen will, dann braucht man auch optimales Equipment dazu. Für uns Springreiter ist es ja wichtig, gerade im Parcours, dass wir möglichst schnell wieder am Pferd sind nach dem Sprung, dass wir uns schnell wieder ausbalancieren können, dass wir schnell wieder die Anreinphase zum nächsten Sprung oder den Weg zum nächsten Sprung suchen können. Wenn wir dann mit Equipment unterwegs sind, dass genau dies fördert, dass wir nach dem Sprung sofort wieder in unsere Balance finden und sofort die Wendung einleiten können und die Distanz zum nächsten Sprung und dann geht es weiter. Und das macht natürlich nicht nur die Sekunden, sondern auch im Endeffekt im hohen Sport die Zehntel und teilweise sogar die Hundertstel Sekunden aus und somit auch den Unterschied. Das ist auch ein 2GS, aber das ist der 2GS Mademoiselle. Mademoiselle, klar übersetzt, für die Frau. Das bedeutet nichts anderes, dass Frauen, um gerade zu sitzen, schon einfach mehr ihr Becken nach vorne schieben müssen, um einfach in der Sitzposition im Gegensatz zum Mann auf dem Pferd gerader zu sitzen, um dichter am Pferd dran zu sein. Von daraus ist diese Idee entstanden, einen Sattel ausschließlich für die Frau zu bauen. Das Grundprinzip ist hier vom Aufbau für die Pferde mit den Kissen mit allem komplett identisch, genauso, dass wir den Reiter dichter ans Pferd heranbringen wollen. Einzig und allein ist hier der Baum für die Anatomie der Frau konzipiert. Das heißt, wir haben hier eine etwas andere Winkelung des Baums. Wir haben eine U-förmige Sitzschale. Wir sind in der Mitte, sind wir schmaler geschnitten und der Sattel gibt durch seine Polsterung hier oben drauf etwas mehr Unterstützung, dass wir hier diese Carbon-Verstärkung nicht mehr drin haben. Das ist bewusst gemacht worden. Der Sattel soll leichter, er soll graziler sein. Das heißt, wir haben immer diese schönen Ziernähte drin. Das Entscheidende bei diesem Sattel ist einfach wirklich das, dass er ausschließlich für die Frau konzipiert ist. Also der Sattel ist das Herzstück beim Reiten, das Verbindungsstück zwischen Pferd und Reiter. Wichtig ist dabei, dass wir merken und fühlen, wie das Pferd unter uns agiert. Man muss die Galoppsprünge, den Rhythmus fühlen. Die Sättel, die wir eben gesehen haben, die sind in keinster Weise mechanisch. Man spürt das Pferd, man fühlt die Bewegung des Pferdes. Man liegt näher am Pferd an, man hat die Beine kontinuierlich dran oder beim Dressurreiten ist es optimal. Das Modell, was ich geritten habe, der Mademoiselle, ist deswegen für uns Frauen mehr von Bedeutung beziehungsweise gibt uns noch mehr das Gefühl, im Pferd zu sitzen durch den besseren Ausschnitt der Oberfläche des Sattels, weil wir ein breiteres Becken haben wie die Männer. Auf Wiedersehen!